Wer in der DDR kein Auto hatte, hatte zumindest einen Roller oder ein Moped Marke Simson. Das war das traditionelle Jugendweihebeschenk in der DDR. Ein Mokik aus Suhl. Simson, das war was. Das war doch im Territorium der größte Betrieb. Man hat eben den echten Bezug zum Werk gehabt. Das war eben das zweite Leben. Und im Grunde genommen habe ich für diesen Betrieb gelebt. In diesem zweistöckigen Gebäude auf dem Simson-Gelände lief die legendäre Schwalbe vom Band. 21 Jahre lang über eine Million Mal. Erhard Werner hat sie konstruiert, Dietmar Ulich hat sie getestet. Die beiden haben Herzblut und Fachwissen in ihren Betrieb gesteckt. Und Simson lässt sie bis heute nicht los. Wenn sie ins Erzählen kommen, ahnt man das pulsierende Leben von damals, als in den großen Werkshallen von Simson Suhl noch gearbeitet wurde. Ja, da war große Hektik hier drin. Das kann man sich kaum noch vorstellen heute. Da war Lärm, da wurden die Pressluftschrauber betätigt, die Elektroschrauber und alles mögliche. Da war ein ständiger Lärm, da konnte man teilweise kaum noch verstehen. Das war schon so. Da standen die Regale an den Seiten hier, wo die Motoren drin waren, die Blechteile und so weiter. Die Schwalbe steht am Anfang der mobilen Vogelserie. Spatz und Starr, Sperber und Habicht folgen. Jedes Fahrzeug sollte mindestens 40.000 Kilometer halten, 60 fahren und einfach zu reparieren sein. So wie die Schwalbe eben. Das ist ein Fahrzeug, das erst einmal sehr robust, sehr stabil ist. Ich weiß zum Beispiel, dass unsere Schwalbefreunde damals mit einem Anhänger, wir hatten also auch noch einen Anhänger dafür geschaffen, mit Anhängekupplung, Anhängezugvorrichtung an der Schwalbe, dass die von Berliner Gegend bis nach Ungarn runter im Plattensee in Urlaub gefahren sind. Da war eben der Anhänger vollgepackt mit dem Reisegepäck, auf dem Roller saßen zwei Personen drauf und das hat das Ding hier mitgemacht. Man konnte mit dem Ding auch auf den Feld- und Waldwegen sehr schnell fahren. Habe ich erst verstanden, nachdem ich mal eine Vespa gefahren bin. Diese Weltstandsvergleichsfahrzeuge waren also sehr wichtig und dort musste man schon kräftig zurückstecken. Da war ich wieder ganz froh, dass es die Schwalbe gab. 1975 erobert Schwester Agnes mit ihrer Schwalbe die Herzen der Fernsehzuschauer. Ihr fahrbarer Untersatz wird eher belächelt oder gar als Kampfblech verspottet. Heute ist ja die Schwalbe ein europäisches Kultfahrzeug geworden. Das war also zur damaligen Zeit durchaus nicht erkennbar. Anfang der 50er Jahre. An die Schwalbe ist noch nicht zu denken, kommt für die meisten DDR-Bürger nur ein Moped in Frage. Es ist erschwinglich, sparsam im Verbrauch und für die tägliche Fahrt zur Arbeit unentbehrlich. Autos und so weiter gab es ja damals nur in sehr geringem Umfang. Und da kam immer wieder der Wunsch, ja, wir werden immer so schmutzig, wenn da Regenwetter ist und so weiter. Könnte da nicht irgendwas machen, dass wir ein bisschen geschützter fahren können. So kam eben der Gedanke zustande, dass man doch mal einen Roller schafft, der von unten her vor allen Dingen mit Trittbrettern versehen ist. Er fährt wie von allein. Genau das Richtige für ihn. Er läuft immer zuverlässig. Genau das Richtige für sie. Natürlich kam dann auch der Wunsch, ja, wir können doch bloß alleine drauf fahren. Wir wollen die Freundin mal mitnehmen und so weiter und so fort. Da kam ihm dann die Entwicklungsaufgabe auf uns zu, schafft ein zweisitzigen Roller. Er fährt 60 Kilometer pro Stunde und braucht keine drei Liter. Genau das Richtige auch für zwei. Für alle Tage. Für viele Jahre Schwalbe. Von Simson Suhl. 1856 gründen die Simsons ein Unternehmen in Suhl. Sie sind eine alteingesessene jüdische Familie. Produziert wird alles Mögliche. Autos, Haushaltsgeräte, Waffen. Und Simson ist einer der größten Fahrradhersteller Deutschlands. Diese gemischtwaren Fabrik boomt und sichert Generationen von Suhlern ihr Auskommen. Das war schon bei unseren Großeltern, bei unseren Eltern, das war nicht Simson, das war Ben Jüd. Wir kennen Ben Jüd. Weil Simson waren ja Juden. Oder dann kenne ich noch als Kind Arbeitsbeginn, Arbeitsende, Pausen. Kinder Sirene. Die hat man bis oben bei uns in Albrechts gehört. Da hieß es, hat es dann Ben Jüd Schuh gepfuffen. Hat es dann schon gepfiffen. Da war Feierabend, da kamen die Väter bald heim. Den Nazis ist das jüdische Familienunternehmen ein Dorn im Auge. Das Vermögen wird beschlagnahmt, die Fabrik enteignet. Die Simsons können sich nach Amerika retten. Ihre Arbeiter produzieren jetzt vor allem Waffen für das Dritte Reich. Wir haben zunächst Handfeuerwaffen gebaut. Pistolen, nur Gewehre eben, Maschinengewehre. Und in der übrigen Zeit, da war mehr so die Entwicklung im Vordergrund. Es wurden also hier sehr viele Neuentwicklungen gemacht. Auf dem Gebiet der Verteidigung. Nach dem Krieg ist das Werk teilweise zerstört. Zu allem Überfluss sprengen die sowjetischen Besatzer auch noch intakte Gebäude. Die Suhler räumen auf und fangen an, statt Waffen zunächst einmal lebensnotwendige Dinge herzustellen. Doch der Wiederaufbau unter neuen Vorzeichen ist schwierig. Es war ja gar kein Material, das wurde überall nur von den Beständen, die dort lachen, in den Legern, von den Materialbeständen wurde genommen, was man davon machen konnte, was gerade gebraucht wurde. Ich kann mich noch entsinnen, da wurden Malstühle gefertigt, also für Mühlen und zur Mehlherstellung. Dann ging es zu ganz einfachen Sachen, Bratpfannen, Schaufeln und dergleichen. Alles, was so in der Bevölkerung praktisch gebraucht wurde, um ein neues Leben zu beginnen, das wurde in dem Werk produziert. Die Familie Simson will damals ihren Betrieb zurück. Doch an eine Wiedergutmachung des Nazi-Unrechts denken die neuen Machthaber nicht. Allein 5000 Maschinen verschwinden Richtung Russland. Aus Simson wird eine SAG, eine sowjetische Aktiengesellschaft. Soweit ich das damals als Lehrling mitbekommen habe, war es so, dass die sowjetische Leitung eine ziemlich straffe Form der Lenkung und Leitung des Betriebes hatte. Da wurde also nicht diskutiert ewig über irgendwelche Sachen, sondern wenn etwas angewiesen wurde, dann war das Fakt. In die Entwicklung dieses Motorrades stecken die sowjetischen Auftraggeber sagenhafte 3 Millionen Mark. Eine Viertaktmaschine mit 250 Kubik, die AWO 425. Wobei AWO die Abkürzung von Russisch Avtovelo, also Motorrad ist. Bei der Simson-Belegschaft heißt sie meist nur Alter Wanderochse. So, in diesem Gebäude ist auch dieses Motorrad, mit dem ich hier vorgefahren bin, produziert worden. Hier ist die Touren-AWO und die Sport-AWO in der Zeit von 1950 bis 1961 produziert worden. In den traditionsreichen Werkshallen überwintern heute nur noch Wohnmobile. Anfang der 50er Jahre herrscht Aufbruchstimmung. Das erste Motorrad, das bei Simson gebaut wird, erfüllt Konstrukteure und Bandarbeiter mit Stolz. Die AWO ist stabil, technisch ausgereift und nah dran am Vorbild BMW. Mit ihr wird der gute Ruf von Simson als Fahrzeugbauer neu begründet. Die Sowjets wollten also ganz was Besonderes hier haben und das musste besser sein, als es die BMW R24 war. Und hatten ja nun alles in diese Maschine gepackt, was in ihrem großen Land wichtig war. Das heißt, der Kardanantrieb, der sehr aufwendig ist, gegenüber einer Kette. Sie wollten eine Viertaktmaschine haben und natürlich einen Molybden-Stahlrohrrahmen. Das geht bis hin zum Sattel, der einstellbar ist bei der AWO gegenüber der BMW. Man wollte alles ein bisschen besser machen. Und das hat man noch erreicht, aber das kostet ja alles Geld. 1950 sind ja die ersten 25 Maschinen vorgestellt worden der Öffentlichkeit. Das weiß ich noch sehr gut. Da waren die Lehrlinge, da waren wir natürlich sehr neugierig und haben das nach allen Zeiten beschnüffelt und beguckt. Aber ich muss ehrlich sagen, die Maschinen, die damals ausgestellt wurden, das haben wir hinterher erfahren, die waren also nicht ganz komplett. Die waren äußerlich zwar fertig, aber innen drin fehlten manche noch verschiedene Baugruppen, Bauteile. Aber der Befehl war ausgeführt, war erfüllt worden. Und hinterher ging es dann zügig weiter. Die Maschine entspricht mit ihren robusten Details den Vorstellungen des sowjetischen Auftraggeber. Und sie sieht gut aus. Nur besonders schnell ist der alte Wanderochse anfangs nicht. Trotzdem schicken ihn die Verantwortlichen auch bei internationalen Rennen auf die Piste. Das begann eigentlich 1951 mit einem Befehl des sowjetischen Generals, der das Sachen hatte. Der wollte, dass Motorsport getrieben wurde. Und so wurde dann eine Sportabteilung gegründet, die Straßenrennen, Motocross und Motorradgeländesport betrieben hat. Die Simson-Sportabteilung fehlt fortan bei keinem wichtigen Rennen. Vor allem während der Mittelgebirgsfahrten können Männer zeigen, dass sie ganze Kerle sind. Wie die Filmhelden amerikanischer Western, die im Osten bis dahin tabu waren. Doch 1963 kämpfen die Glorreichen Sieben für die Rechte der unterdrückten mexikanischen Landbevölkerung, auch im Thüringischen. Ich habe die Glorreichen Sieben natürlich gesehen. Ich habe mich auch schon nachts um 1.8 Kinokarten angestellt. Das war der erste Western, der überhaupt in der DDR lief. Und das war natürlich das Highlight. Der Landfilm kam einmal in der Woche ins Dorf. Und da wurden im Saal oben die Vorführgeräte aufgebaut. Und dann war zu diesem Film natürlich der Saal proppenvoll, da ging nicht alles rein. Das war also mal der Festsaal des Simson-Clubhauses. Und was man jetzt nicht mehr ohne weiteres sieht, es war auch mal ein Kino. Und hier lief 1963 der Film Die Glorreichen Sieben mit Steve McQueen. Und zu einem Überfluss tauchte Steve McQueen, der ja dort der große Schauspieler zu jener Zeit war, ein Jahr später hier an diesem Gebäude, an diesem Clubhaus auf, mit seiner Sportmaschine, war Mitglied des Silberwassenteams der USA. Ein Filmstar der dekadenten westlichen Welt, so nannte man das damals. Und noch dazu so etwas Populäres darstellend wie im Wild-West-Film, das war nicht im Sinne von der Parteiführung, dass da Sympathien aufgebaut wurden. Da kriegte die Presse einfach mal Korb. Sie haben in keiner Zeitung hier irgendwie ein Bild gefunden von diesem prominentesten Teilnehmer der Six Days in Erfurt. Steve McQueen in der DDR. Eine Sensation. Und ausgerechnet in Suhl, auf dem Simson-Gelände während des Sechstagerennens. 1913 hatten die Six Days in England Premiere. 50 Jahre später ist der Rennzirkus endlich im Osten. Die Obrigkeit sonnt sich gern im Scheinwerferlicht der internationalen Presse. Doch sie hat auch ihre Probleme damit. Westjournalisten nutzen die Gelegenheit, sich hinter dem eisernen Vorhang umzuschauen. Und zum ersten Mal tritt eine amerikanische Mannschaft bei einer Veranstaltung im Ostblock an. Und dann gleich mit einem Hollywood-Star. Ich habe den Mann auch leibhaftig gesehen und war natürlich, damals war ich 17, da war ich natürlich auch begeistert. In der Firma, wo ich dann gerade gelernt habe, war eine Zeitkontrolle. Da musste ja jeder Fahrer anhalten und dann wurde die Fahrerkarte gestempelt. Und das war der Moment, wo er anhalten musste, Brille runter tun und die Karte vorzeichen. Und da war bei McQueen halt zum Beispiel üblich, dass er schon irgendeine Kippe wieder zwischen den Lippen hatte. Und zwar natürlich auch bemerkenswert für einen Mann, der eigentlich mit Filmen machen Millionen verdient hat, sich so einer Schinderei zu unterziehen, denn eine Sechs-Tage-Fahrt noch dazu mit so einem Motorrad, was er gefahren hat. Das ist schon richtig, richtig hatte körperliche Anstrengung und das zeigt eigentlich auch, dass er ein richtiger Sportsmann war. McQueen hält nur drei Tage durch. Die DDR-Mannschaft hingegen landet auf dem ersten Platz. Ob Six-Days oder Mittelgebirgsfahrt, Sporterfolge mehren nicht nur das Ansehen des Staates, sie bringen auch den Simson-Fahrzeugen und ihren Konstrukteuren die wohlverdiente Anerkennung. Nach dem Silberwasengewinn ist Simson achtmal Europameister geworden. Das war schon gewaltig und da war man natürlich auch stolz, weil man da eben beweisen konnte, was die Firma zu leisten in der Lage war. Auch wenn das so bei den Serienprodukten nicht immer so auf den ersten Blick zum Ausdruck kam. Serienfahrzeuge wie Schwalbe oder Mokik sind so nachgefragt, dass 150.000 pro Jahr für den Binnenmarkt bei weitem nicht reichen. Also schraubt Berlin die Planvorgaben in die Höhe, Investitionen dagegen bleiben aus. Im Werk wird improvisiert, Maschinen und Menschen im Schichtbetrieb zerschlissen. Es war schon beträchtlich, dieser Leistungsdruck, denn man musste mindestens einmal im Monat, so in etwa, in die Produktion, musste dort im Schichtbetrieb mitwirken. Und man merkte da schon, dass es da ziemlich rund ging, denn dieser Betrieb lief ja teilweise in drei Schichten, damit am nächsten Tag dann wieder entsprechende Teile zur Verfügung standen. Also ein Zuckerlecken war das hier nicht. Da musste auf die Minute angefangen werden. Um sieben Uhr wurde das Band eingeschaltet. Da musste an jedem, an seinem Platz so stehen praktisch. Und dann lief das. Eingeschaltet, da gab es keine Diskussion. Auch die Lehrer aus der betriebseigenen Schule müssen ran, wenn Sonderschichten notwendig sind. Ich habe stundenweise am Motorband ausgeholfen in der Sonderschicht. Also ich war heilfroh, als meine Zeit rum war. Also das ist wirklich absoluter Stress, weil eben das Band eine bestimmte Geschwindigkeit gelaufen ist. Am Band herrscht nicht nur Stress, sondern auch Monotonie. Daher fängt Simson Ende der 70er Jahre in der Lehrwerkstatt mit einer sogenannten Nestfertigung an. Drei, vier Jugendliche arbeiten Hand in Hand und fertigen einen kompletten Motor in der Gruppe. Das kommt bei den jungen Leuten gut an. Und in ihrem Nest schaffen sie auch höhere Stückzahlen. Eine Nestfertigung modernsten Standes, wo dann die Leute austauschbar waren. Das war also ein bisschen den Leuten gegenüber auch ein Fortschritt, die jetzt nicht immer ein und dieselbe monotone Tätigkeit ausführen mussten, sondern die beherrschten eigentlich alle Arbeitsschritte, die dort vonstatten gingen und man wechselte dort auch wöchentlich teilweise. Und nach weniger als einem halben Jahr hat das so gut funktioniert und die Lehrlinge waren so begeistert, dass wir überzeugt waren, dass das die Zukunft der Motorenfertigung ist. Ein paar Motoren mehr in den insgesamt sieben Nestern lösen allerdings nicht das Hauptproblem. Bei Simson wird nach wie vor zu wenig und zu teuer produziert. So ein Kleinkraftrad, die haben dann im Laden so um die 1.500, 1.550 gekostet. Der Betriebspreis lag meistens deutlich höher. Deutlich höher. Sicher über 2.000. Also das waren bewusste Entscheidungen, das Fahrzeug so abzugeben. Ganz bewusste Entscheidungen. Die auch nicht bei uns im Betrieb allein getroffen wurden. Das fand dann in großen Preiskommissionen statt. Meistens in Berlin. Da saß eine honorische Runde zusammen und letzten Endes hieß die Frage, Genossen, was können wir denn dafür verlangen? Und dann wurde ein Preis geschossen, kann ich mal so sagen. Er wurde festgelegt, ohne dass die die Kalkulation einmal ins Auge gefasst hatten. Nur um in ein Preislevel zu kommen, dass keine Diskussionen in der Bevölkerung entstanden. Auch ins Ausland werden die Fahrzeuge aus dem Sula-Werk weit unter Wert verkauft. Rund ein Viertel der Jahresproduktion geht in den Export. 50.000 Fahrzeuge sollten exportiert werden. Davon wurden etwa 20.000 in die sozialistischen Länder verteilt. Da musste man nicht groß exportieren, denn die Wünsche der Bruderländer waren viel, viel größer und wurden nie in vollem Umfang berücksichtigt. Und 30.000 sollten in das nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet exportiert werden. Das war allerdings eine Zielstellung, die selten bis nie erreicht wurde. Der Westkatalog von 1969 garniert den Spatz mit Supernativen. Geringster Verschleiß, größte Wartungsfreiheit. Und doch werden die Sula kräftig im Preis gedrückt. Es wurde dazu gesagt, wenn ihr im Osten bei uns ein Fahrzeug verkaufen wollt, dann müsst ihr uns das ganz billig geben, damit wir das auch billig verkaufen können und so weiter. Es war immer so ein bisschen der Scharkontag, eure Fahrzeuge, die tauchen doch sowieso nicht viel. Aber das Gegenteil war dann in den folgenden Jahren bewiesen, dass unsere Wesen nicht länger hielten als die in den westlichen Ländern produzierten Fahrzeuge. Simson macht auch Geschäfte mit Afrika. Mit Mosambik zum Beispiel, mit Angola und Ägypten. Und von dort kommen sogenannte Vertragsarbeiter nach Suhl. Das hatte natürlich immer den Hintergrund, dass man auch mal Fahrzeuge dort produzieren wollte oder dorthin exportieren wollte. Und dort brauchte man ja Fachleute. Also so ganz losgelöst und edelmütig war man hier auch nicht. Man sah auch immer das Geschäft noch im Hintergrund. Da gab es zum Beispiel aus Ägypten Baumwolle, aus Angola Kaffee und Erdöl. Das waren also durchaus Geschäfte in beiderseitigem Interesse. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Aufenthalt in Kairo und zu dem Zeitpunkt war die Versorgung mit Südfrichten für das Weihnachtsgeschäft kritisch. Und da konnten wir durch die Lieferung von Mopeds dafür sorgen, dass ein Schiff mit Orangen in die DDR geliefert wurde. Erinnerungsfotos aus dem Simson-Album. Ein bisschen Exotik bei Kulturveranstaltungen im Clubhaus. Ein paar Worte über die Sprachbarrieren hinweg auf der Arbeit. Ansonsten bleiben Afrikaner und Sula meist unter sich. Man hat also auch agerische Arbeitskräfte hier in diesem Betrieb beschäftigt. Die waren hier in irgendwelchen betriebseigenen Heimen untergebracht. Die waren sozusagen unter sich. Und es gab Messerstechereien und es gab auch Streiks. Da war man nie hell entsetzt, weil man damit überhaupt keine Erfahrung hatte. Und ich bilde mir ein, dass gerade diese Situation, dass man also die Leute nicht integriert hat, auch zur Fremdfeindlichkeit nach der Wende beigetragen hat. Der alte Pavillon auf dem Simson-Gelände kündet von vergangenen Zeiten. Als der Betrieb noch zu den größten Arbeitgebern der Region zählte. Als auf Schienen die Waggons, die Kleinkrafträder zum benachbarten Güterbahnhof brachten. Als 3500 Thüringer hier in Lohn und Brot standen. In den 80er Jahren halten sogar ein paar Computereinzug. Und zwei, drei neue Werksgebäude schießen aus dem Boden. Jeder Neubau wird mit großem Pomp eingeweiht. Die Einweihung dieses Gebäudes wurde dann vom Kombinatsdirektor Lothar Kessel vorgenommen. Und der Margot Honecker. Und sie trug ein herrliches Kostüm, passend zur Haarfarbe. Und es war so ungefähr violett gestaltet. Also es war ganz toll. Und da denkt man eigentlich ganz gern dran zurück. In einige der ehemaligen Werksgebäude sind neue Firmen eingezogen. Eine davon hat tatsächlich noch mit Simson zu tun. Mit Ersatzteilen für die Sula-Krafträder. Genug Kunden gibt es, denn Schwalbe, Sperber und Co. sind mittlerweile Kult in Ost und West. In der früheren Räderfertigung gehörten mehr als 30 Frauen zur Brigade. Heute arbeitet hier nur noch eine einzige. 1975, als Heidi Preißler anfängt, nehmen die älteren Kolleginnen sie an der Hand, zeigen ihr den Betrieb und wie sie die Arbeit im Schichtsystem bewältigen kann. Denn nur wenn der Plan erfüllt ist, winkt der volle Lohn für alle. Jeder hat eine bestimmte Norm gehabt. Dann gab es eine Gruppe, die hat nur die Vorarbeiten gemacht, eingespeicht. Und dann war eine Gruppe, die hat das fein gemacht, also die Feinarbeiten an dem Rad, dass das Rad rund gelaufen ist. Da musste man eben zwei Schichten abdecken immer. Und das waren einige Frauen, die dann immer in der Reihe saßen. Und da hat man eine Norm von jeder 100, 120 Stück am Dach. Neben der Räderfertigung das Hochregallager des ehemaligen Simson-Werkes. Es sollte nach der Wende eigentlich abgebaut und wegtransportiert werden, doch dafür war es zu groß. Birgit Röhmhild hat nach der Wende hier angefangen. Früher arbeitete sie im Stahllager, einer reinen Männerdomäne bei Simson. Die haben sich natürlich auch ein bisschen verwöhnen lassen, weil zwei Frauen da waren. Ich meine, da wurde der Kaffee gekocht zum Frühstück oder so. Und dann war es bei uns auch immer so, dass Freitagsworte halt nachher, wenn es sauber gemacht war, gab es Bratwurst. Das haben allerdings die Männer gemacht, nicht die Frauen. Mit den Kollegen verbringt man mehr Zeit als mit der Familie. Da werden Freundschaften geschlossen, die den Arbeitsstress erträglicher machen. Die Zusammengehörigkeit, die war halt da. Jeder hat einem anderen geholfen. Und wenn auch privat gab es da mal Sachen, da hat man sich halt auch mal getroffen. Oder halt die Feiern, die man gemacht hat innerhalb der Brigade, da war eben jeder dabei. Wir haben uns auch mal abends getroffen, mal irgendwo bei jemandem im Garten oder mal gefeiert. Und wenn wir Geburtstage waren, haben wir auch mal auf der Arbeit gefeiert. Oder wir haben jetzt Bustouren gemacht mit der Brigade. Oder auch mal draußen in die Natur einfach nur gefahren und dort mal Piknik gemacht oder sowas. Das war eigentlich schon sehr schön. Aber es gibt doch die andere Seite. Den täglichen Leistungsdruck. Frust über die Mangelwirtschaft oder die schleppende Zulieferung. Ärger mit Chefs und Kollegen. Die Fotos halten nur die glücklichen Momente fest. Jubiläum, Geburtstag oder Frauentag. Den Frauentag haben wir für uns speziell gefeiert. Unter dem Lehrerkollegium. Im Betrieb gab es auch eine große Feier. Aber da durfte jede Abteilung nur ein, zwei Leute schicken. Weil ja das den Rahmen gestreckt hätte. Wir haben halt ein kleines Geschenk bekommen. Und die Männer haben uns halt, dann ist aufgewaschen worden von den Männern, wenn im Frühstück oder Mittagspause gewesen ist. Und die eigentliche Feier war ja dann insgesamt vom Kombinat. Gab es ja eine Feier für die Frauen. Und da waren halt auch die Männer da, die halt die Frauen bedient haben. Da machten sich die Männer dann zum Affen. Da wurde ein Schürzchen umgebunden und die Frauen bedient. Abwechslung im Arbeitsalltag bringt auch die alljährliche Mai-Demonstration. Alle müssen mit. Wir als Lehrerkollektiv natürlich, da war das mehr oder weniger Pflicht, daran teilzunehmen. Aber das war an und für sich auch sehr gut organisiert. Da sind Busse gefahren und wir konnten dann auch unsere Kinder mitnehmen. Und dann gab es halt gerade für die Kinder sogenannte Winkelemente. Und dann hat man Gutscheine gekriegt oder entsprechende Marken mit Bratwurst und Getränk und so weiter. Das hat schon ein bisschen gelockt. Selbstverständlich sind wir mitmarschiert. Der Generaldirektor ist vorneweg marschiert und seine Direktoren brav neben ihm. Und ebenso brav müssen die Direktoren die politischen Vorgaben aus Berlin umsetzen. Wie etwa den Beschluss, das Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann mit dem Simson-Fahrzeugbau zu vereinen. Von Seiten der Planwirtschaft sieht man die Vorteile der großen Kombinate. Sie bringen aber auch mehr Bürokratie und unübersichtliche Strukturen. Begeistert ist man weder bei der Waffe noch bei den Fahrzeugen. Im Zeichen der Zeit war die Kombinatsbildung Mode. Und man hat hier sicherlich eine Kombination gesucht und hat dann Waffe und Fahrzeugproduktion zusammengelegt. War sicherlich nicht sehr glücklich. 1969 kommt also FAYAS, Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl. FAYAS ist eigentlich eine Bezeichnung, die hier nur um Suhl herum bekannt war. Das waren so typische DDR-Ausdrücke. Wir fanden das also nicht so toll, sondern man hat hier eben bei Simson gearbeitet. Und wer bei Simson ist, bekommt mit ein bisschen Glück auch einen Urlaubsplatz auf Hedensee. In der ersten Zeit wurden die Leute mit betriebseigenen Bussen nach Erfurt gekarrt, stiegen dort ins Flugzeug. Und auf dem Militärfluchtplatz im Bad stiegen sie wieder aus diesem Flugzeug. Und sind dann von Schabruder aus mit dem Postboot oder so rübergefahren auf die Insel. War also eine tolle Sache. Bis 1963 fliegt die Belegschaft noch mit der DDR Lufthansa. Peter musste sie dann mit der Eisbahn fahren. Aber es war immer noch eine sehr gefragte Geschichte. Und Hedensee war ja nur begrenzt verfügbar. Es war sehr schwierig an so einen Platz zu kommen. Weil das wurde ja zentral, alles vergeben. Und ob es stimmt, weiß ich nicht, ob sie es nur gesagt haben. Aber die besten Plätze waren immer schon vorher weg, bevor es in die Abteilungen kamen, die Angebote. Und dadurch, dass ich ja nur zwei Kinder hatte, war ich eben auch mal an der Reihe, mal einen Ferienplatz zu kriegen. Und das war auf Hedensee. Und das war so schön. Die Kinder und das Gebäck wurde mit dem Pferdewagen geholt. Und wir sind gelaufen. War ja nicht sehr weit, aber für die Kinder war es schön, eben mit dem Pferdewagen. Und wenn der Sommer mal trüb und regnerisch ist, zieht man sich ins Ferienhäuschen zurück. Das waren zwei Eingänge. Waren zwei Familien immer in so einem Haus drin. Ausstattung war Waschbecken drin, war Dusche drin, Toilette. Und zwei Zimmer eben. Ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. War eigentlich, für die damaligen Verhältnisse war das schon okay. Ferienchecks, Kindergartenplätze, eine Arztpraxis. Simson hat seine Mitarbeiter rundum versorgt. Ja, das war damals die Meisterbude, unserem Wertenmontagemeister. Es war dann meist so, dass kurz vor der Frühstückspause wurde einer delegiert. Er musste rüber in den Speisesaal oder in die Verkaufsstelle, Konsumverkaufsstelle. Der kriegt einen Auftrag, der holt er mit einer großen Kiste, der die ganzen Sachen bei. Brötchen, Wurst und sonst was, was alles gebraucht wurde. Und dann zur Frühstückspause wurde das entsprechend aufgeteilt. Und das ging dann ruckzuck. Da war die Verpflegung gesichert. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber dieser Betrieb war ja eine Stadt, sozusagen, in der Stadt. Hier gab es also mehrere Verkaufsstellen, vom Konsum, glaube ich, meistens gehalten. Zwei gab es auf jeden Fall. Zwei Verkaufsstellen. Es gab Fusseur, es gab die Sparkasse hier. Es gab nahezu alles hier. Jede Woche waren Fachärzte da aus verschiedenen Gebieten. Es gab also ständig die Möglichkeit, dass jemand behandelt werden konnte, auch während der Arbeitszeit. Das war gesichert. Wenn man seinen Termin hatte, dann ist man zu seinen jeweiligen Vorgesetzten, zum Meister gegangen, hat gesagt, ich habe einen Termin da beim Zahnarzt. Aber man war ja eigentlich froh, dass man dann wieder in die Arbeit zurückkam, dass eben nicht der ganze Tag weg gewesen ist. Deswegen hatte man ja in den Betrieben die Ärzte. Der Sozialbau mit zwei großen Speisesälen gleich am Eingang zum Werksgelände. Natürlich wird ständig übers Essen gemeckert, aber preiswert ist es. Es war eine riesengroße Küche hier. Da konnte man zum Essen gehen. Drei verschiedene Essen gab es dann meistens immer. Wir haben 80 Pfennig bezahlt und dann, glaube ich, eine Mark und 20 oder so was. Und es war jedenfalls minimal, weil es ist ja vom Betrieb gestützt worden. Anfang der 80er Jahre können die Planvorgaben aus Berlin kaum noch erfüllt werden. Es gibt Lieferschwierigkeiten, vor allem bei Rädern. 40 bis 50 Prozent Rücksendungen wegen unterschiedlicher Menge. Maschinen werden auf Verschleiß gefahren, im Kundendienst fehlen Ersatzteile. Immer öfter rufen FDJ und Partei während der Arbeitszeit ihre Mitglieder zu Versammlungen. Der Belegschaft werden ständig Sonderschichten aufgebrummt. Die Chefs kriegen Druck von den Mitarbeitern und von oben. Die staatliche Leitung wurde in schöner Regelmäßigkeit von der Parteileitung zur Rechenschaft gezogen. Immer wenn etwas schief ging, war natürlich ein staatlicher Leiter schuld, sodass ich während meiner Tätigkeit als direkter Verproduktion eine erkleckliche Anzahl von Rügen und Missbilligungen vorweisen kann. Dann vorgeworfen wurde uns, dass wir die umfassende Planerfüllung nicht mit dem nötigen Nachdruck durchgesetzt haben. Da wurde man schon heblich unter Druck gesetzt. Und wenn dann die Diskussion zu sehr ausarteten, dann wurde immer die Frage gestellt, bist du für den Frieden oder nicht? So, dann gehen wir mal in die Lackiererei. Die Lackiererei ist ein unangenehmer Arbeitsplatz. Heiß und feucht, die Luft voll mit chemischen Dämpfen. Ah ja. Und war das diese? Leuchten alle noch erhalten? Ja, das ist erstaunlich. Sieht doch noch diese speziellen Lampen hier in der Abteilung, die waren explosionsgeschützt. Das heißt, falls hier mal brennbare Dämpfer entwichen, dass da nichts passieren konnte. Ja, da waren große Farbbottiche, die dann hin und her geschoben werden konnten zum Farbwechsel. Wer hier Tag für Tag den Lackdämpfen ausgesetzt ist, bekommt Atemprobleme. Von der Umweltverschmutzung ganz zu schweigen. Das war natürlich vom Lackdienst her sehr unangenehm. Also wenn man hier reinkam, es waren ja offene Flächen. Man hat es schon gerochen. Was hier so vor sich ging. Und je nachdem, was gerade lackiert wurde, man konnte das am Dach sehen ganz früher, das bekam dann die Farbe von dem, was gerade lackiert wurde. Die Absaugung, das nach oben rausgetrieben hat. Die Absaugung hat sich über das Dach rausgetrieben. Hat sich dann niedergeschlagen. Die frisch lackierten Fahrzeuge werden in Waggons verladen und mit der Bahn abtransportiert. Normalerweise. Wenn hier ein großartiges Herbstmanöver lief, der Warschauer Pakt starten, dann waren eben keine Waggons mehr da. Und dann standen die Fahrzeuge hier in den Parks herum und standen im Schnee und konnten nicht abtransportiert werden. Die Fahrzeuge sind dann sehr schnell korrigiert, weil eben auch das Heizkraftwerk teilweise Dinge ausgespuckt hat, die in Verbindung mit dem Regen hier, zum Teil saurer Regen fiel, dass die Fahrzeuge also anfingen, dort letzten Endes Schaden zu nehmen. Die innerbetrieblichen Wege, die waren nicht besonders gut. Da passiert es auch oft, dass man beim Transport einen Hänger umkippte oder so. Das kam schon auch immer vor. Das war halt sicherlich eine Frage des Geldes auch. Umweltprobleme, fehlende Investitionen, veraltete Maschinen. Dazu die unrealistischen Planvorgaben. Mehrere Generaldirektoren werden entlassen, aber an Hilfe aus Berlin ist nicht zu denken. Ich musste in Vertretung des Generaldirektors zum Ministerrapport in das Haus der Ministerien fahren. Ich durfte dort die Situation in unserem Kombinat darstellen und habe alle die Probleme, die einer umfassenden Planerfüllung im Wege standen, dem Staatssekretär, der diesen Rapport entgegennahm, dargelegt. Nachdem ich meine Ausführungen beendet hatte, war eine kurze Stille. Und dann sagte der Staatssekretär den für mich verblüffenden Satz, wird nicht zur Kenntnis genommen. 1986 läuft hier die letzte Schwalbe vom Band. Seit Jahren liegen bereits Pläne für modernere Motorroller in den Schubladen der Konstrukteure. Doch es ist zu spät. Die Probleme mit dem Markt deuteten sich eigentlich schon mit der Wende an. Man begründet dahingehend, dass sich also viele Bürger, die sich eigentlich noch ein Mokik oder ein Moped oder ein Roller von uns gekauft hätten, plötzlich in der Lage sahen, Autos zu kaufen. In der DDR dürfen Mokiks 60 fahren. Erlaubt sind sie ab 15. Jetzt steht die Wiedervereinigung ins Haus und damit bundesdeutsches Recht. 50 Kilometer Höchstgeschwindigkeit, Mindestalter 16 Jahre. Das hätte die Verkaufschancen weiter geschmälert. Und es standen sowieso schon genug Maschinen auf Halde. Ich bin dann ins Bundesverkehrsministerium gefahren nach Bonn und habe mein Anliegen vorgetragen. Und nach fünf Minuten wurde ich unterbrochen. Und jetzt zitiere ich wörtlich. Den Satz werde ich nie vergessen. Herr Scheibe, hier geht es nicht darum, bundesdeutsches Recht zu reformieren, auch wenn es noch so reformbedürftig ist. Hier geht es darum, bundesdeutsches Recht in der DDR einzuführen. Auf Wiedersehen. Da bin ich in meinen Lada geklettert, bin nach Hause gefahren. Da standen dreieinhalbtausend Leute auf dem Hof. Da musste ich diese Nachricht verkünden. Und dann sprechen sie in die Emotionen hochgekocht. Also daran erinnere ich mich nur sehr ungern. Ich war der Überbringer einer schlechten Nachricht. Und da musste ich auch allerhand aushalten. Die Treuhand wickelt den Betrieb ab. Restsimson versucht als GmbH zu überleben. Doch die Zeit des Motorroller-Booms ist vorbei. Die Leute kaufen Westautos und Motorräder aus Japan. Das war eigentlich frustrierend, wie eine gut funktionierende Produktion, und das sage ich ganz im Ernst, eine gut funktionierende Produktion eigentlich auch so bewusst kaputt gemacht worden ist. Zig Verkäufe und Rolle der Treuhand und was da alles so eine Rolle gespielt hat. Das war ja nun der erste Großbetrieb überhaupt, der abgewickelt worden ist. Kein Mensch hatte eine Ahnung, was da passiert. Viele haben gedacht, sie fallen ins Bodenlose. All die Lösungen, die dann geschaffen wurden, das wusste ja in der DDR keiner so richtig, wie das geht. Also für viele war damit die Welt zusammengebrochen. Im Dezember 1990 fällt für die meisten der letzte Vorhang. Die Belegschaft beräumt den eigenen Betrieb. Was verkauft werden kann, wird zu Geld gemacht, der Rest verschrottet. Die meisten haben gedacht, dass sie bis zur Rente die Arbeit hier behalten und dann in Ruhe in Rente gehen können. Und das war ja nicht mehr. Wenn sie zum 31.12. hier rausgehen oder rausgegangen sind und am nächsten Tag dann nicht mehr wussten, wie es weitergeht, das ist schon gar nicht so einfach. Mein Mann hat hier gearbeitet. Meine Schwiegermutter hatte Glück. Die ist am 23.12. 90, 60 geworden. Die ist halt dann im Januar in Rente. Das war das äußerst Positive noch dazu. Aber mein Mann und ich, wir waren ja beide zu Hause. Mit dem Aus für Simson geht die 150-jährige Firmengeschichte zu Ende. Geblieben sind die Fahrzeuge, die mittlerweile Kultstatus haben, wie die Schwalbe oder die AWO. Aus dem weitläufigen Gelände ist ein Gewerbepark geworden. Doch als großer Industriestandort hat Suhl seine Bedeutung eingebüßt. Die Tatsache, dass der Betrieb den Bach hinunter ist und in der Zwischenzeit ja sogar zum großen Teil dem Erdboden gleichgemacht worden ist, das erfüllt mich mit Wehmut. Eine ganze Menge Traurigkeit war da schon dabei, dass das nicht mehr existiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020